Hallöchen Leute, willkommen bei Pandino Gaming, zurück zu Minitanks. Ja, wir fahren einfach mal nochmal mit dem coolen Panda, würde ich sagen. Und Feuer auf die nächste Strecke. Bestimmt, ohlala, wollte ich gerade sagen, wie er ein paar Überraschungen bereit hält. Oh, äh, ein paar Überraschungen, würde ich sagen. Oh nein, oh nein. Okay, wir leben noch, alles gut. Nochmal das Ganze. Äh, oh, das gibt's doch nicht. Da ist noch eine Ammo-Kiste. Müssen wir die vielleicht abschießen. Nee, wa? Boom. Okay, das war gut. Äh, wir kommen ja jetzt hier wieder raus aus dem Ding. Noch eine Runde. Ah, jetzt die Brücke offen, okay. Oh. Boom. Okay, das schießt mal weg hier. Oh. Ach, komm jetzt. Bam. Oh, du schieb mal einfach alles weg. Nein, ich muss es zerstören. Okay, ich muss es wirklich kaputt schießen, Leute. Jetzt geht's voran. Jetzt kommen wir, wir schieben einfach weg hier an. Jetzt geht's gleich runter. Nein, hau ab jetzt. Ich muss doch, ich muss es wegschießen. Jetzt kommen wir hier lang. Ja, jetzt passt es. Oh, guck, wir sind einfach wegschieben, das ist so cool. Wo schieben wir das hin? Wir nehmen es einfach mit. Wir nehmen es mit. Jetzt komm. Oh. Wer, fahr da drüber. Jawohl. Oh, okay, das war eine einfachere Stecker. Ah, guck mal, diese kleine Werbung hier dazwischen, das nervt. Aber alles gut, weil der Click-In schon weg... So. Und weg damit. Okay, jetzt gucken wir mal in den Shop, würde ich sagen. Lass uns mal in den Shop gucken. Wir haben schon 600 Gold, 650 Gold. Nimm es. Und dann schauen wir mal, was wir dafür holen können. Mh, ab nach Hause. So, hier. 666 Gold, cool. Surprise-Box. Wie inhaltet einer, äh, ein Vehikel, ein Auto. Und hier gäbe es... Oh Gott, wie viel es gibt. Arquillery. Hoho. Was für ein krasser Tank. Truck. Lamborghini. Krass, guckt euch die ganzen Autos an, Leute. Mit dem Sensen, Mann. Ein Ufo. Okay, wie viel kostet das? Ufo. Keine Ahnung. Komm, Leute, wir gehen jetzt hier mit dem Gold und holen uns irgendeine random Karre. Mal schauen, was wir kriegen. Oh, wir haben die Auswahl. Was wollen wir nehmen, Freunde? Das hier. Wir kriegen das Ufo. Ich glaub's nicht. Wir kriegen tatsächlich das Ufo. Oh Gott, wie cool. Great. Ja, geil. Wir haben wirklich das Ufo bekommen. Man glaubt's ja kaum. Okay, dann fahren wir jetzt natürlich mit dem Ufo weiter. Oh my... Lord. Und er kann auch schießen wie die Hölle. Oh, wie cool ist das denn? Wee. Lässig, Leute, lässig. Und wir schweben sogar. Wie lässig ist das denn, bitte? So, zack. Up in Looping. Okay, wir kommen da an. Das find ich cool, dass hier echt alles durchgeplant ist in dieser Welt. Oder überhaupt in den Welten. Das, wenn irgend so sich was öffnet, wieder reinfahren, direkt weiter düsen. Oh, komm, komm, da schieß mal weg das Haus. Das ist ja auch noch. Nee, brauchen wir nicht. Okay, warte, jetzt. Ufo. Oh. Ah ja, ah ja. Wir müssen hier hoch. Und? Oh, rüber da. Yes. Okay, das müssen wir hier wieder Looping. Looping schließt. Oh, das ist ein rollender Looping. Oh. Oh lala. Ich wär' ganz schön rumgewirbelt, Leute. Okay. Wir müssen hier einfach nur gerade bleiben in diesem Rad. Das ist wie im Zirkus. Cool. Schau mal, das nimmt uns richtig mit. Wie geil. Bis ins Ziel nimmt es uns mit. Und zack. Okay, das Spiel macht auf jeden Fall ziemlich Bock. Werbung weg. Oh, da ist ein Auto bekommen. Ein Polizeiauto. Na klar. Na klar. Ah, hier fahren erstmal noch eine Runde mit dem Ufo. Ah. Oh. Finis. Was war das denn? Das war ja ein cooles Spiel. Äh, eine coole Runde. Alles klar. Ich weiß nicht, was da jetzt die Schwierigkeit dran war. Was war das denn? Oh ja. Beschweren wir uns nicht, oder? Einfache Strecke ist einfache Strecke. Kann auch mal sein. Weiter geht's. Oh, Hängebrücke. Okay. Wow. Amo. Oh, boom. Boom, boom, boom. Alles meins. Alles meins. So viele Schüsse. Komm, alles mitnehmen hier. Bam. Bam. Das war bestimmt gerade sechs, sieben, acht Schüsse aufgeladen, ne? Zack. Hier aufs Haus drauf. Komm, schieß mal weg das Ding. Attacke. Oh, ist aber viel, viels. Oh nein. Oh nein. Wir müssen da hoch. Yes. Oh. Okay, das fliegt ziemlich gut, das UFO. Das hat einen guten Antrieb hier. Sehr, sehr cool. Dann kommt man echt fix voran, Leute. Das hat, äh, gute, gute Beschleunigung sozusagen. So, dass wir schnell da die Berge hochkommen. Oh man, diese Werbung immer. Ah, okay. Hm, 91 Gold bekommen. Für 500 können wir uns immer wieder eine neue Karre kaufen, wa? Plus, dass wir so einfach auch neue Karren bekommen. Okay, danach, Freunde, wir machen mal das Polizeiauto, würde ich sagen. Eine Runde noch mit dem Ufer. Wow. What? Verdammt den. Hammerhart. Okay, hier ist einmal Ammo für uns. Oder auch nicht, nehmt er mich mit, okay? Oh, übers Haus. Zack. Was ist denn das? Oh. Also, das ist alles gut berechnet hier. Alles gut berechnet. Und wir brennen, oder wie? Ah, schnell weg. Schnell weg, wir brennen. Ah. Okay, perfekt, perfekt gelandet. Äh, was denn jetzt? Fangen wir hier zurück? Nein, 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 nein. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Unter der Werbung versteckt. Ah, das muss so sein. Oh mein Gott, das ist so cool. Die Strecke bringt dich irgendwo ganz woanders hin. Aber das muss alles so sein. Alles geplant. Freunde, alle geplant hier. Äh, weiter geht's. Achso, wir wollten das Polizeiauto nehmen. Okay, Freunde, danach. Versprochen. Danach nehmen wir das Polizeiauto. Wow. Wow, 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 wow. Dreh dich mal. Komm, wir schießen das jetzt hier weg. Bam. So sieht's aus. Bam. Okay, jetzt können wir hier vielleicht drüber fahren. Das geht so rennt wie die Hölle. Komm, dreh dich. Dreh dich. Wir müssen noch hoch. Jetzt haben wir's. Okay, das sieht gut aus. Jawoll. Jawoll. Ab geht's. Oh, wir können auch in der Luft schießen, sehe ich gerade. Okay, hier ist ein Haus. Ah, das behindert uns nicht. Okay, dann geht's. Doch, das behindert uns. Oh, ja, Ammo. Ammo, Ammo, Ammo. Nimm mit. Nimm's doch mit. Dann schieben wir die... Die Munitionskiste vor uns her. Du sollst sie einsammeln. Willst du die abschießen? Boom. Nee, ich glaub nicht. Warum nimmst du die nicht mit? Stehe ich nicht. Schieb mir die Ammo-Kisten vor uns her, oder wie? Boom. Zack. Okay, Freunde, wir nehmen das Polizeiauto. Äh, was? Twitter? Nein. Ich will sie nicht. Twitter, weg. Weg, Twitter. So. Dann, äh, gehen wir jetzt... Oh, noch ein, noch ein, äh... Noch ein Panda-Bär. Okay, dann nehmen wir jetzt hier Street Patrol. Und Level... Äh, vermutlich. Ja. Wiu, wiu. Bin gespannt, wie das Teil schießt. Sieht aus wie... Oh! Holy Makro, Leute. Ho, ho. Was ist los hier? Boah. Oh, die Strecke meint es nicht gut mit uns. Ich schieße mal einfach. Mal gucken, wie der... Hoppala. Oh, was ist hier abgeht, Freunde? Oh, okay. Ja, kann auf jeden Fall schießen. Und jetzt ja. Fullspeed. Guckt euch mal die riesen Reifen an, oder? Äh, riesen Räder. Ja, sieht gut aus. So, das Teil schießen wir mal weg hier, die blöde Wand. Bum. 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 Und finish. Yes, wir haben elf geschafft. Garden Scapes. Nee, das wollen wir nicht. Danke. Wir wollen lieber Minitanks spielen, würde ich sagen. 134 Gold. Wir können uns gleich eine neue Kiste kaufen. Bei 500. Haben wir 500? Ja, haben wir. Okay. Freunde, dann holen wir uns gleich eine neue Kiste. Ähm. Was wollen wir denn mal nehmen? Wir können mal wieder einen Tank nehmen. Hier, Arquillery. Äh, Level 12 haben wir schon. Warte mal, geht's jetzt hier? Wo geht's jetzt hier weiter? Wie geht's jetzt hier weiter? Es gibt ja jetzt hier nicht nur zwölf Level. Oder haben wir die zwölf noch nicht gemacht? Warte mal, wir checken das mal ab. Letzte Runde erstmal. Ah ja, nee, hier brauchen wir noch nicht. Oh, schießt ihr uns ab hier, oder was? Was ist denn los? Oh, wow, 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 Leute. Oh, hallo. Schaut euch das mal an. Was ist denn mit dem los? Okay, den müssen wir auch abschießen. Ich glaub, es geht los hier. Komm, ja, komm. Jetzt ist er aufs Dach. Oh, der schießt nach oben. Na toll. Kann ja nichts treffen. Oh. Oh, der macht uns fertig. Ah. Ah. Der macht uns fertig. Boom. Der Panzer schießt halt nach oben. Das ist seltsam. Ah. Können die uns auch kaputt schießen? Das frage ich mich. Wir pieken schon. Ich weiß nicht, ob wir im Begriff sind, kaputt zu gehen. Ah. Komm. Oh nein, ist aber runtergefallen. Vielleicht ist es aber gar nicht so schnüpp. Okay, das Ding schießt mal weg. Ah, das ist ja heftig hier. Was ist denn los mit euch? Umschießen mich alle kaputt. Meine Herren, Leute. Guckt euch das mal an. Hammerhart, oder? Oh, ich komme hier gar nicht vorwärts. Der schießt mich immer wieder zurück. Okay, jetzt mit Anlauf. So sieht's aus. Du Pfeif. Oh, das ist der Nächste. Leute, ich komme hier nicht vorwärts. Kloppert. Ich muss hier einfach nur mit Karacho und mit Gewalt durch. Wie viele gibt es denn hier, die mich abschießen? Noch einer. Oh, da ist er mal schön drüber geknallt. Boom. Und weiter geht's. Guckt ihr jetzt mal langsam an das Ziel. Das ist ja eine mega harte Strecke. Da ist es. Meine Herren. Wie viele Leute uns da abgeschossen haben. Was ist denn los, ey? Ui, ui. Okay, Freunde. Weiter geht's im nächsten Part. Wenn's gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen. Schreibt mir einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Und sonst sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Leute. Und ciao.